Ich muss sagen, heute bin ich 90 Jahre alt, aber ich wäre mit 80 Jahren schon gestorben, wenn ich Arkady Rokobov nicht kennengelernt hätte. Denn er ist der große Experte für eine Medizin, die von der Natur gewachsen ist. Und das hat Arkady alles wahrgenommen und erdacht, aufgenommen und das Wertvollste davon zusammengefasst. Und das kann er Ihnen hier in diesem Raum, wenn Sie sagen und wenn er referiert, können Sie auch zu Wissen bekommen. Und dann geht es Ihnen so wie mir, dass ich mit 90 Jahren hier, da bleiben keine Berge stehen wie in der Schweiz, das zack, das geht zurück und die krempeln alle, die sind auch weg und im Gesicht auch und die Haare sind wiedergekommen und der Schnurrbart wird langsam wieder dunkel. Das ist alles Effekt von dem, was Arkady sich zusammengelegt hat, mit dem er uns hier in Europa helfen kann. Und das sollten wir unseren Bekannten auch sagen, aber nicht nur sagen, nehmt sie bei der Hand und sagt, jetzt kommt ihr mit. Er hat gerade morgen Abend eine kleine Versammlung von Menschen, die interessiert sind und da könnte er ja auch zuhören. Ja, und das war mir wichtig Ihnen zu sagen. Und wenn es so geht, wie Arkady sagt, dann werde ich nicht nur 92, sondern ich habe Aussicht auf 100 Jahre. Ich habe sogar noch alle meine Zähne. Vielen Dank, vielen Dank Karl.